Hallo Leute, was geht? Schön, dass ihr wieder zurück auf meinem Kanal seid. Ja, ihr könnt sehen, die Wirkung hält immer noch an. Ich bin immer noch unsichtbar. Und ich habe mir jetzt die Brille aufgezogen, damit ihr so ungefähr wisst, wo meine Augen sind, die Kappe ungefähr, wo mein Kopf ist, mit meinen Händen, da weiß ich immer noch nichts anzufangen. Es ist ein bisschen, es ist, ja, wie soll ich es sagen? Wenn man einen Tag unsichtbar ist, ist das cool, aber jetzt der zweite Tag. Ich weiß nicht, wie lange die Wirkung noch hält. Aber ich wollte mal vorweg sagen, falls ihr noch auf meinem Kanal seid, dann checkt meine Videos ab. Ich lade hier täglich Videos hoch. Und es wäre genial, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und außerdem, je nachdem, ich muss gucken, wie lange die Wirkung hält. Ansonsten werde ich die nächsten paar Tage etwas hochladen, was ich schon vorher vorproduziert habe. Weil ich, das macht so keinen Sinn. Das macht so keinen Sinn, ein neues Video zu drehen, wenn ich halt unsichtbar bin. Macht null Sinn. Deshalb werden Sachen kommen, die halt schon in der Vergangenheit gedreht wurden. Ich muss ja halt nur schneiden und bearbeiten. Ansonsten, Leute, extra für euch heute die Routine eines unsichtbaren Superhelms. Viel Spaß. Tschüss. 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020